Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, euch Dinger am Start. Ich bin hier schön wieder Dust und wir sind das letzte Mal dabei stehen geblieben, dass mein Controller nicht geht. Jetzt geht er wieder. Ja, wir haben diese Schmieden aufgesucht, die unsere Blueprints machen kann und die hat uns gesagt, wir müssen so einen komischen Stein finden, damit die uns die schicken kann per Wannabe-WhatsApp. Und wir haben ein Level bekommen und ich weiß nicht, in was ich den Punkt investieren soll, aber wir pumpen mal ein in Verteidigung. Ja, und dann habe ich hier irgendwas habe ich noch gelernt, glaube ich. Irgendwas, wo ist denn hier, was ich alles gelernt habe? Ein Kampfkunststand, da habe ich gelernt. Ich brauche Hilfe und Support. Nein, ich brauche keine Hilfe und Support. Egal. Da sehe ich 80% haben wir klar gemacht, 18% Schätze haben wir fit gemacht. Irgendwie, okay gut, egal, gehen wir da jetzt hin. Weil da gibt es irgendwie, da sollen wir drei Sachen oder so machen. Da sollen wir so ein Ho finden, da sollen wir so einen Stein finden und irgendwie Material sammeln. Und die Dragons sollen wir auch platt machen. Wenn ich schon ein Weckes snackt von dem so überdicken Schwert, das gar nicht mehr mit uns redet, das überhaupt nicht so penitüös ist. Ah, die Drachen sind so cool irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich feier die. Die sehen so klopig aus. Ja, klar, er hat mich getroffen. Komm her, du Bastard. Alles klar, weggeschnitzelt den Lappen. Lappen sind das in meinen Augen. Was hat ein Stoff? Don't touch me. Don't touch the Great One. Mann, spring nicht über mich. Ich stelle dich da im Schicksal. Dem Tod. Durch mein U-Boss penitüse Schwer. Hä, Mann, Mann. Keine Ahnung, ich finde diese Fidget irgendwie richtig gut ist, das macht zwei Damage. Und so lange kann man das auch nicht machen. Vielleicht sollte ich jemals gehen, aber... Okay, ich finde das irgendwie nicht so cool, dass diese Attacke... Mit diesem... Mit diesem Giz. Mit dem goldenen Giz, den sie schießt. Ist irgendwie nicht so meins. Ein bisschen viel ausgehalten, der Typ da. Ein Blueprint! Für den Kinderanhänger! Alter, das Klärchen, mein Bärchen. Jetzt will ich aber wissen, wo das eine ist. Wo ist die Schatztruhe? Okay, was so. Das sieht mir hier aber sehr nach einem richtigen Weg aus, glaube ich. Das passt mir aber gar nicht. Irgendeine Flasche, irgendwelche Zelte. Ja, komm, bleib mal locker. Bleib mal locker! Alter, Konzentration pur! Jawoll! Schön weggezwiebelt, Alter. Schön! Oh, ein Händler. Ein garstiger Händler. Oh, Leute, da gehen wir nicht auf den... Sack! Ihr Lappens. Was geht, Bro? Kann ich dir was verkaufen? Hast irgendwas Leckeres da? Hast irgendwas Gutes da? Ich weiß vielleicht nicht, ob das dann dauerhaft ist oder nicht. Oder bis ich sterbe? Oder bis ich nicht sterbe? Wisst ihr was? Ich gönne mir jetzt einfach mal so eins. 800 kostet das, egal. Poh. Aber hier ist eine Keule oder was? Na. Klar, er spült jetzt auf. Wie, warum mich so, Postert? Ich glaube, wir haben schon mehr Damage. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Ich will doch gar nicht den richtigen Weg gehen. Das stimmt, die leben dann ja wieder, die Viecher. Ah, das ist ja so ätzelt. Oh, lard. Kein Bock auf euch, Leute. Nein, nicht unterbrechen! Boah, Alter. Das war geil jetzt. Das hat geknallt. Fett. Ach, hier sind ja die Mist geworden schon wieder. Stirb! Schnuppert Gas, böse Wichte! Du Pring! Schleimpanzer. Cool. Zwei Verteidigung. Last one. Schleim brauche ich dafür, okay? Ah, hier ist die Kiste. Ich bin auch so ein Brain, ey. Hallo, ich würde das auch machen, bitte. Huuuuh! Futter! Jetzt mal! Ich muss hier raus! Ich brauche Zeug! So seid ihr, ich brauche deine Nüsse nicht. Ich brauche Zeug! Irgendwie wird der Bildschirm so breit. Schwert. Wo ist das Tor für diese behinderte Frucht? Ja, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Oh, hier wird alles schon weggesnackt hier, man! Kurzer Prozess! Das habe ich noch nicht gelernt, da so durchzusliden. Das habe ich noch nicht gelernt, da so durchzusliden. Ah, und speichern. Nehmen wir! Nehmen wir mit, selbstverständlich. Her damit! Und immer her mit denen! Immer her mit denen! Warte! Immer her damit! Ich kann's noch nicht, ich weiß einfach nicht wann, jetzt! Also, so kann ich's, aber wenn er mit dem Fuß ist, dann nicht. Alles wird, oh es ist so dunkel, es wird so dunkel, dass bestimmte Hüse und da sind Hexen drinnen. Oh, stopp! Schruppe Gas, Bösewicht! Es ist so deep! Die wollten sich meiner tödlichen Klinge entziehen, aber ich habe gesagt, not today. Und schlau! Die Dinger sind witzig, die mit den Augen. Die sind so useless. Alter. Trägt mich nicht auf, ey. Trägt mich ja nicht auf, Freund. Nutz los! Wir gehen da immer weiter. Der Pisser. Was? Lass mich ja... Ich will da runterspringen, Mann! Jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt komme ich da nicht mal hin. Man macht ja super viel Damage, Alter. Ganz ehrlich, f***t euch. Wart im Laden. Wird er mir was preiswertes verkaufen? Preis? Ja. Komm, wir kaufen, schicken. Wir geben unser ganzes Geld für Essen aus. Das ist richtig... AIDS. Ist wieder ein Bau... Können die auch mal Sachen droppen, statt dann da in diese behinderten Baupläne zu droppen. Wuhu! Krass! Blueprint! Äh, wir sagen hier Blueprints wie... Keine Ahnung. Aha. Der macht's jetzt anders, ja, der kann jetzt so Stacheln machen. Immer was Neues auf einmal Wüste. Bisschen Farbe und Farbeimer. Alles ist gut. Hallo, bitte nicht angreifen. Por favor. Vielen Dank. Por favor. Für den Durchgang. Pisser. Oh, was ist das? Das kennen wir noch nicht. Ein blauer Pilz. Oder eine Qualle. Oder... Keine Ahnung. Er schießt Blitzer auf jeden Fall. Alle wegschnitzeln. Oh, Ohrenschaft. Totbringer, ja? Mhm. Mhm. Genau. Das ist, wie wir rollen, b***hs. Mhm. Mhm. Das ist es. Was ist eigentlich? Hab ich schon genug von diesem Stoff gesammelt? Wie viel Kobold heute hab ich? Bestienleder. Braumrolle. Null hab ich. Schön. Farbe. Dragons. Boah, und es gibt hier... Boah, ja, ich bin noch gekommen. Nein! Scheiße. Egal, wir kommen doch bestimmt noch herr, wir kommen... Boah, ja, ich bin noch nie. 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 Wir brauchen mehr Damage, müssen die im One-Hit-Platt machen. Oh shit, oh shit. Ob ich mich in Ruhe lasse, por favore? Boah, fickt euch Leute, ganz ehrlich, es ist hier gar nichts. Hallo, bitte auch mal rein. Ja, aber ich will da noch nicht rein. Noch nicht. Ich muss doch gucken, was es hier gibt. Oder kann ich hier auch weit? Hier ist eine Bridge. Ah, scheiß, was ein guter One-Hit gegen die Lappen. Ich glaube, hier finde ich dieses Mädchen. Oder? Oder auch nie. Ich habe da keinen Bock zu kontern, das ist mir zu dumm mit dem Konter hier. Toll. Nein, dann gehen wir jetzt Höhle, Mann. Das ist scheiße. Weiter mal. Oh, jetzt sind hier wieder die Scheiß-Gegner, Alter. Ich könnte kotzen. Jetzt ist das Wetter wenigstens wieder normal und nicht so abgefuckt. Ich könnte ja nicht so abgefuckt. Ich würde da nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr schaue. Und dann geht's. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, por favore. Ah, hier musste ich das Ding hinbringen Also das ist doch gleich, sehr geil Ja, machen wir das Okay, wo ist die Frucht? Da Ah, da ist sie Was ist das für ein Gadget? Ah, das ist das! Geil! Okay, nicht witzig Okay Okay Uuuuhhh The bitch wants the D! Okay, wir sehen die nie wieder, die Fotze. Die stinkt mir scheiße. So, die sollen uns jetzt was feines schmieden. Ja, was ist unser Inventar? Unsere Schmiedeinventar, manche. Aber was kann ich mir das jetzt einfach so gönnen, alter? Nice. Cool. Fette, fette Scheiße. Okay. Jetzt hat's hier richtig gelohnt, das Ding hier aufzumachen. Schön. Klar, lass uns doch gleich runterfallen. Ah, das liebe ich immer. Schön runterfallen, das is es. Einfach mal runterfallen. Mann, die Blumen fahren nicht gelb. Auf einmal sind sie rot. Auf einmal sind sie rot. Wie ein Brot. 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 Sammeln Under-one-Stuff. Wie ein Brot. Wie ein Brot. Das Video Com ball braucht ja mit kein Brot. Sehr wichtig. Wie ein Brot. Wie ein Brot ist zu kommen? erst mal unten gucken erst mal checken wir unten ab was es da so wirkt die kiste jawohl so ein porderstein gefunden seht ihr es hat sich richtig gelohnt die scheiße aufzumachen mann meine fresse zur seite mit euch button smashing power ftw ist er eine tot der wollte mich vergiften dieser tatsache der ist tot tot ich habe eine wahre brezel gefunden und eine notiz und die sagt mir die klippe die worte sind nur schwer verständlich aber scheint zu sagen reise hoch in den norden weit weg von diesem ort warte auf den höchsten gipfel der schwarzmauberge auf die seele die einen roten kristall bringt alles klar der kaffee und sushi ach ich verkauf dir gar nichts du stinkst er ist schon ziemlich intensiv oh mein gott wir sind schon über der zeit jetzt haben wir auch gerade spannend hier obwohl gar nichts so spektakuläres passiert ist du arschloch haben wir den speicherpunkt jawohl okay schnuppert gas okay hammer abschluss ähm wir speichern ja vielen dank fürs zuschauen mein übergang pelikaner was haben wir in dieser folge geschafft aber wir haben diese cool transmitter gefunden egal und das war cool und vielen dank haut rein bis zum nächsten mal meine übergang pelikaner ihr seid übelgeil